Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute spiel ich mal Hypixel. What a mystery dachte ich mir. Bei Bedwars kann ich einfach nicht. Und wir haben heute einen auf Discord. Bye bye. Hallo Arx. Ich nehm jetzt auf dann ja. Hallo. Okay Arx. Ah, da ist er. Ähm. Hi Arx. Sag Hallo. Wochner läuft. Ja. Hallo. Ja. Hallo. So. Da würde ich sagen, gehen wir mal in der Mörder Mystery Runde, oder? Ja. Ja. Leute, wenn euch das Video gefällt, dann like und abo da. Auch Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Geht doch immer im Discord, Link in der Beschreibung. Ja. 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 Was war das? Was ist? Was ist deine? Meine 26%. Meine direkte Chance 32%. Okay, meine Technik ist auf 14. Marco da ist er. Hey. Okay. Ja. 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 Meine typische Schoppen ist deutlich gesunken. Auf 7%. Und ich bin eh noch. Nein. Oh. Es lag aber auch nur wegen OPS. Manche instinkte mich will es abbauen, aber ich habe dich ja. Bei Heel unsafe So gut die folgt sehr genau Ja ich tätig im emente eine frage zusammen oder das bleibt ist dann an katz oder an karl ja okay so paar wichtige sache oder so ja bin auch da ja ich bin dahin ich versuche den spektatoren wenn ich möchte ich hier heißt also so schwarz-weißen skin so schweißer kopf ja weißer kopf mit so mit maske ja genau ja der weihnachtsgen umgebracht umgebracht wir waren das genau über detektiv heute weihnachtsgen ach du wirst es vom jahr du wirst auch hier nur noch königsgen genannt und ich werde von mir selber drecksgen genannt in ja auch ja finde ich auch ach parkoin nee warte das war die falsche taste ja parkoin ja warte ja warte ja warte ja warte ihr wisst warum es entlegen sollte nicht gut und ich bin immer noch krank der übrigens args nicht wurde meine videos gemacht meistens so irgendwie halbe stunde so gefühlt weil ich mein immerhin so ins game fokussiert bin ich vergesse dass die auflage läuft vergessen tue ich nicht so wirklich aber ich vergesse immer dass die auflage schon so lang ist so ich vergesse die zeit so was hat ja ein paar sachen zusammen ich sollte ich kann nicht hatten ich kann nur so ganz bisschen ich könnte so ein bisschen katten so ganz bisschen wo es war ich auch nur wenn wenn so nahm geliegt werden oder so was also nein nein will aber und ich renne und ich renne und ich renne und ich springe und ich renne und ich renne und ich rede und nicht nerven und ich renne und ich renne wirklich auf das kind sagst du ja ich glaube er hat er zu dem bogen der unterliegt das kind ist ein mörder also wer ist es wie heißt es replay so wenn ihr sagt wer es ist ja okay stimmt sehr blöd das ist der grund warum ich allein sein möchte und trotzdem nicht mit anderen leuten auf ich habe kein wort verstanden aber okay wir können ein smp ach so smp dann nennen wir ihn ja im smp fake was wirst du die map ist vor geil das ist die mit dem mit der achterbahn was bist du lacht aber jetzt auch was bist du die achterbahn ist aus schau ich so an ich habe ein bogen wenn du weißt es ist sagst du bist weiß nein die andere mit der kapuze ich bin tot ich sehe gefühlt nichts darüber ich bin tot ich glaube es ist nicht der weiße skin oder oder wir sind die ganze zeit die ganze beim falschen eingang gewesen es war gar kein eingang aber das gute ist in dieser folge wir kennen unsere namen gegenseitig der verfolgt er folgt er folgt und soviel zum weißen skin ich glaube soll es akazuki sein der schwarze mantel mit den roten wolken drauf ich habe nur hanta hanta geschaut habe ich auch geschaut die achterbahn ist doch an die fährt einer mit der achterbahn die ist doch an ich weiß aber wir sind den falschen eingang gegangen der mörder der mörder der erstmals auch achterbahn fährt das ist der mörder nein der mörder fährt auch achterbahn und der ist schneller als ich ähm äh kennst du die guten Platz von außen heilbarot plate heilbarot plate ein bisschen warum warum deswegen auch im grundwissen ja wir können wir können so irgendwas krasses machen aber ich bin richtig scheiße mit redstone im redstone naja bevor jetzt wieder die zeit von jetzt muss er gucken wie lange die aufnahme schon geht schon zehn minuten ich würde sagen diesmal ist eine kürzere folge weil ich mache das wir jetzt wie lange folgen habe ich keinen bock drauf also so war so würde ich sagen das war es in meinem sinne haut rein aktiviert die glocke oder voll müssen noch abonnieren tschau leute 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 tschau leute